ja hallo herzlich willkommen zur open beta von battlefield 1 mit dem die krieg ist noch einer dabei keine ahnung was willst du mich mal sehr schön jetzt wurde ich aus ding rausgekickt aus dem spiel also auf jeden fall die battlefield 1 open beta gucken wie die so ist und wieder haben wir schon irgendwie ist da bei dir nicht beigetreten ich kann dir nicht beitreten das ist mir egal mal zu spiel ist ein server suchen oder einfach mit suchen sucht lieber ein server wo auch anständig was los ist und dann gut ping hat vor dem marsch sind oder so wenn du mir dann machen sie also wir wollen nur kommt mehr bis jetzt schaut wie es ist es sieht schon hier rang 0 noch ich habe noch nichts gemacht ich hoffe nur dass die das die lautstärke so ist du willst du auch du willst du zu spiel ja du bist in der party muss nochmal nein nein das server ist voll du hast in der krieg da waren zwei plätze verarschen oh komm schon das ist doch verarschen oder ja ja ich bin in der warteschlange ist sehr gut ja das spiel will mich doch verarschen Wie man hier oben rechts aussieht, ich habe sich FPS konstant, jedenfalls nicht immer. Ich glaube, das ist jetzt aber nur, weil der ladet. Dann geht das immer mal runter. Ich würde ganz gerne jetzt noch mal die Lautstärke ein bisschen runterstellen. Dann mach das. Geht ja nicht, weil ich in der Warteschlange bin. Jetzt muss ich ja warten. Ja, bei mir kann es ein bisschen länger, weil der PC nicht so gut ist. Aber es ist noch Platz 2. Ja, aber wenn ich doch nicht beitreten tue. Obwohl, warte, oben gehen wir nicht weiter laden. Oh, Victory, warte, Spiel ist gerade um. Spiel ist gerade um. Oh, ich habe was bekommen. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe auch nichts gemacht. Oder? Ach nee. Ja, continue. Loading Game. Tracked Metal. Next round in 49, Arn Fitch. Das Gute an dem... Jo, jo, so ist das. Das neuen Battlefield Battlelog, weißt du, wie man das nennt, ist halt, dass man jetzt nicht mehr im Battlelog sein muss, um Server zu suchen, sondern einfach hier in dem Spiel das machen kann. Finde ich ein bisschen besser. Ja, ja. Finde ich auch besser. So. Ein Blick, muss das Spiel nicht neu starten, wieder runter hochfahren. Das ist heute immer so lang. Und... Ja. Track Metal. Was kann man denn hier? Ich will. Irgendwie auf der Tür. Was muss man machen? Wir führen kills bezüglich Taxes. Oh, es geht los. Noch fünf Sekunden. Was soll man hier? Wir haben natürlich nur eine Waffe. Ich will schon eine. Oh, Dynamit. Was Anti-Tank Grenade, aha. Achso, was mache ich? Soll mal niemanden. So genau. Nehmen wir mal bald einen Medic. Wir haben wirklich eine eigene Waffe. Mit einer Sprache können wir wiederbeleben. Okay. Oh, okay. Ich nehme Ossol, da hat man MP18, da hab ich gerade mal so ein bisschen gespielt auf dem leeren Server. Gucken wir mal. Läuft auf jeden Fall flüssig. Ordner. Läuft auf jeden Fall schon mal nicht flüssig. Ah, geil. Okay, geil. Jetzt kann ich dich besprechen. Ja, auf der Map war ich gerade auch. Ohne, ich sehe dich als Coolpunkt auf der Map. Jo. Ich steck aber nicht mal einen. Also wie gesagt, ihr müsst entschuldigen, bei mir kommt sie manchmal zurück. Nein, ich kann da aber nichts für. Das geht von der Grafikkarte. Jo. Das Spiel ist relativ englisch und der Nerv ist, der schützt er da die ganze Zeit hoch. Der Nerv. Der Nerv. Der Nerv hat da nichts besseres zu tun. Solche Leute muss es halt auch geben. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ja. Keine Ahnung, wo ich bin. Das ist ein bisschen Map, sieht schon mal ganz nett aus. Ich renne hinter irgendein R-Grad. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich gehe mal zu C, würde ich sagen. Ja, da renne ich auch gerade hin. Das ist ein bisschen weit weg. Und ich habe das Spiel mir auch auf der PS4 mal runtergeladen und da ist komischerweise alles auf Deutsch. Auf dem Fall die Texte. Ob der Ton auf Deutsch ist. Wir sind jetzt bereit. Also diese Scheiß-Ruckler, die tun mir echt leid. Aber ich wollte jetzt die Grafikeinstellung nicht auf PS3 Grafik herunterstellen. Ah, das passt schon. Das passt schon so. Warte mal. Uh, das war denkbar dir. Ich brauche die Escape-Taste, die Options und das Audio. Ja, hier Language kann man nur... Ich bin jetzt vielleicht gleich tot, keine Ahnung, weil ich hier rumstehe wie ein Random. Nee, wenn doch. Achso, da schießt du. Ich werde es hier. Ich schütze dich. Ja, ich bin schon wieder da. Ich bin hinter dir. Achtung. Vor dir, schießt jemand. Wo sind die? Gehst du da? Ich sehe nichts. Komm, wir gehen mal ein bisschen nach außen rum, ja? Ich weiß nur, dass hier Wind ist. Kannst du da jetzt nicht random, hallo? Eigentlich sehe ich überhaupt nichts. Ich glaube, ich kann hier zoomen, weil der Wind, weil der Nebel, die Schreise sind. Komm schon, ernsthaft. Wow, 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 wow. Der hat 820 AP nur gehabt. Als Aiming muss ich mich erst gewöhnen. Irgendwie kann man dann wirklich nichts einstellen. Es gibt Revolve, auch kann man erzählen, das Revolve, ich kann es bei Customer, es kann man, aber man kann, glaube ich, keine Aufsätze machen, ne? Ja, jetzt hast du das, dem fertigen Spiel, überhaupt. Jetzt kann man noch für eine Pistole, muss man vollschalten. Es ist jetzt aber nur ein Schusswaffe, ich weiß ja nicht. Guck mal, wobei bei 2C so los ist. Komm, C, wo bist du? Kann ich bei dir eigentlich spawnen? Ich kann bei dir spawnen, ey. Ich glaube, das ist aber auch immer unterschiedlich, ne? Mit dem Wind, oder? Ich glaube schon, wir haben das alles ein bisschen dynamischer gemacht. Also, wenn sie sich mit, also irgendwo habe ich mal gelesen, keine, kein, äh, Ding, kein Spiel ist wie das andere. Also, ich denke mal schon, dass es das Zeug, wenn die random gezwäckert wird. Boah, jetzt wie viel Nieder hier ist, ich kann mal näher zu ziehen. Hier ist ein Pferd außerdem. Können wir das schon auch mal haben, aber wenn ich das nicht, kann man später machen. Werden wir so ein paar, so, äh. Die Verbünde, die da kommen, was schießen die denn rum mit so Behindertes, dass man Angst haben muss. Schieß doch, jemand. Oh, ich bin Level 1. Ja. Ist das schon mal nicht schlecht. Level 1 und Level 1? Nee. Aber du schießt doch einer. Aber das ist einer von uns, ne? Also, hör mal auf, jetzt bauen wir nichts damit, ich will jetzt mal einen Kill machen. Ey, ich hab 0,1, ich bin schon wieder schlecht. Ja, dann, hör mal, was ist das? Das ist das, nee, das ist nicht der D, das ist das Wesen, ja, oder? Ich versteck mich jetzt mal im Haus und warte, was du kommst, komm mal weg raus. Das kann dauern. Warte ich halt bis Ostern ist. Also, der Windler, der Windler macht schon schon, also, der Windler ist mir zu krass. We have lost objective, George. Nee, ich hab einen. Wo ist jetzt einen? Da hab ich nur einen Kill-Assist bekommen, ich hab keine Ahnung. Ich bin in Erden. Das kriegt ja eigentlich keine Punkte für den Punkt. Eigentlich finde ich keine Gegner. Ist irgendwie sehr, sehr schnell. Ob ich Raketenwerfer? Das darf ich glaube nicht. Aber wenn ich immer den Raketenwerfer rumbrinne. Ähm, Ich weiß. Okay, wie wir ihn ziehen, oder? 10, ich guck mal bei 10er vorbei. Vielleicht finden wir endlich mal einen Gegner. Protektiv der Objektiv! Wir haben das Objektiv verloren, Charlie. Und wenn ich hier ganz inzwischen ziehe und kreativ bin. Oder wie? Das ist ein Kill. Hinter uns der Tank raus. Hinter dir achten, Kevin. Tank. Was für ein Tank das ist? Weg. Ich bin hoch aufs Dach. Habe ich jetzt eigentlich einen Kill gemacht? Oh, ich hab einen Kill gemacht. Oh, ich hab Dynamit, Alter. So, dann nehmen wir mal den. Ach, der hier? Nein, auch nicht. Mal gucken, was der Tank zu Dynamit sagt. Nee, du kannst doch auch mit einem Granat, glaube ich jetzt, mit einer Granate, den killen. Was ist denn das hier überhaupt? Herr, lol. Neidmaschinen, das ist der geschluckt, hast du krankt. Gibst du noch? Ach, jetzt muss ich die Space-Taste spam, Alter, toll. Dann geht die aufs Dicht. Ich hab's einfach nur andrückt, drückt halt. Achso. Das ist... Okay, die Waffe ist schon mal gut. Die habe ich den bei CD im Wild at War immer genommen, war ganz gut, das MG. What the fuck? Zum Beispiel bei H wieder... ...schwar, wenn er nicht so sagt. Den Chat mal ausgebildet, dass er nicht die ganze Zeit angezeigt wird. Oh, jetzt ist aber wieder, hat sich wieder Wetter wieder bewuscht. Ich sehe immer noch nichts, ich hab keine Ahnung, wo ich bin oder auch. Ich lauf hier nur rum und mach irgendwie nichts, das ist gerade irgendwie für mich scheiße bei mir. Außer dem Typen, den ich gerade mal ordentlich gehittet habe, auch auf der Welt, hat er ja nicht geschaffen. Die Framerate ist so richtig am Arsch, ey, ach du scheiße. Ja, 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 du denkst dir wohl so, hä? Mal gucken, ob man Head glitchen kann in dem Spiel. Ist das so, oder? Die waren direkt vor uns, da. Da oben hockt doch noch einer, oder? So völlig, da oben hockt doch einer. Jetzt hockt er nicht mehr. Komm, wir gehen zur C, so. C ist immer so weit weg. So wie es aussieht, du pistst es gleich, ey. Ne, komm mal. Was ist denn, Alpha, C ist 100. Da oben hockt, ja. Das ist 150. Das ist ein Meter, nicht meilen. Meter, sei doch nicht. Das ist nicht meilen, bist du da? Das ist wiederhört, könnt mich jetzt hin, ja. Ich weiß es nicht. 100 Meilen werden bis jetzt nicht. Nein, das ist doch nicht. So, stirb. Ja, Enemy-Hit, Alter, als ob ich nur einen Assist gemacht habe. Und ist einer, den knüpfe ich mir jetzt vor, den. So sterben die denn nicht? Wow, wie schweißt du, der hier stirbt? Man stirbt echt schnell, außer die Gegner, die schlucken irgendwie. Warte, dann hinter dir hier ist ein Tänk. So richtiges Schluck-Specht, habe ich das Gefühl. Ja, 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 ja. Ja, durch die Wand. Wie hat er mich so treffen können? Das ging gar nicht, war schon längst um die Wand. Davon er bereitet einem Pferd. Ja, das geht's bei einem Moment, ja. Es gibt Rewipe. Oh, ich vergesse das immer. Ich bin das von Battlefield 4 geworden, dass das nicht geht. Oh nein, es gibt Gas, es gibt Gas, es gibt Gas. Wir haben noch einen, oh, Gas, Gas. Ich weiß doch nicht, wo die sind, ey. Oh, hier irgendwo. Oh, noch mehr Gas, scheiße. Ich bin fast tot. Ich habe keinen Medik dabei, ist mir leid. Lade mal nach. Ja, irgendwann heilt er schon wieder, der Tipp. Aber die Waffe, die ich hier habe, die ist echt scheiße. Ich habe ein SMG jetzt mal genommen, das ist eigentlich kein immer so schlecht. Bis die große Fahne. Ich brauche schon ein M.D., hat es 32 Kuss. Ich habe sogar 200 Punkte mehr bekommen, weil ich es noch als Punkt gemacht habe, wo wir hingehen sollen. Hm, wir haben immerhin zwei Punkte. B. Ich weiß nicht, ob ich reiten kann. Kein Fahne auf? Nein. Mit Tee kann man noch eine... Ah, mit Tee kann man noch Giftgasmaske aufsetzen. Okay. Ich weiß nicht, ob das in jeder Klasse ist. Muss man sich noch mal angucken. Hey, ich will runter. Ja, ich habe das Pferd halt mal in die Wand gepackt, ne? Aber ich muss sagen, Fahrzeuge waren mir wesentlich lieber als Pferde. Ja, aber Pferde ist aber jetzt... Ich konnte wenigstens in der Luft sprengen, die Autos. Das ist bei mir nicht. Muss ich eh einstehen. Mach mal mal die, die. Lass uns checken. Capture. Ich will jetzt ja eigentlich einen killen, Mann. Immer noch nicht, nimmer. Mehr findet ja keinen. Und wenn, dann sterben die nicht. Die schlucken alle nur. Gehen wir halt mal zu D, da ist irgendwie das Ursch verwechselt. Ja, endlich mal einen. So, wie geht das überhaupt nicht? Steht ja gar nicht. Keine Ahnung. Ich stelle mal, ob es da Balken da oben voll ist. Ja, so ist es im Moment gekommen. Alles klar. Tank, alles klar. Tank. Was ist das für ein Tank, Alter? So nie mal ausgesehen früher. Ist ja was. Ach, ich vergesse mal das Rewive. Ich meine, hier wird man sowieso nicht Rewive, das ist ein Faker. Ich setz mal, ich setz mal ein Fertiges Spiel, das ist ja auch ein Rewive. Das Rewive war eigentlich so wieder wie in Battlefield 3, einfach zack, wieder blieb. Ich hab's noch nie gemacht. Du hast es doch dabei, in der ersten nicht. Wir haben auch bei den Gegnern genommen. Es gibt ja keine Base, oder? Ne, eine Base? Doch, eine Base gibt's hier. Doch, doch. Ich muss ja eine Base geben. Es gibt ja immer eine Base, ja, ja. F wird eingenommen. F wird eingenommen, okay. Hm, hm. Ich geh mal zu F. F wird eingenommen. F wird eingenommen. F wird eingenommen, ob da die Schüsse herkommen. Entweder von unten unserer oder oben, ich seh's. Na gut, oben sind wir, dann. Muss ja irgendwo unten sein. Das ist die Flagge, die immer so klickert, ey. Was ist das hier für eine Schleuder, ey. Mann, Mann, Mann. Komm, ich fahr mal und du setzt dich hin rein. Alles klar, ich setz mich hinten rein. Alter, ich hab ein LMG hier. Uuuuh, das ist doch ein Easy. Wir haben lost Objective Butter. Aber die Fahrtstück-Pusik ist immer noch genau so schweißig. Ja, ja. Dann geh mal zu P. Ernsthaft. Was? Was ist jetzt passiert? Ich bin gegen den Stein gefahren. Das Ding ist explodiert. Ist ja ein super Auto, wir fahren mal gegen den Stein und es explodiert sofort. Kann ich verassoziieren, kann man ja nicht sparen. Da warten wir grad mal, bis es so clear ist. Ich spawne bei F wieder. Das ist echt gut. Scheiße, ey. Alter, das ist geil. Mann, du Scheiß-Auto. Mann, du Scheiß-Auto. Mann, du Scheiß-Auto. Mann, du Scheiß-Stein. Oder wollen wir zu EMA gehen, oder? Oh, zu G gehe ich nicht. Da ist mir zu viel los. Wo wollen wir hin? Der G wird vielleicht. Ja, da ist nichts. Da ist ein Panzer. Ich schieße aber auf den Typen, der ausgestiegen ist. Er ist ja nicht mehr ausgestiegen. Kappen. Da ist noch einer. Ja. Ich bin da. Wo ist ein gutes Name für uns? Schau dir! Ich habe doch wieder einmal eine Granate. Hahaha. Warte, da unten. Wo ist er denn? Ja, der ist tot. Ne, ich hab den nicht. Der Kollege da hat mir. Ja, ihr habt ihn gemessert. Ja, ja. Hö, gemessert. So muss es sein. Ich hab mit der Granate geholt. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, da liegt er. Okay, nein. Haha. Ich komm jetzt mal als Medik rein. So, da müssen wir ja. Komm mal als Medik. Oh, Heilung. Ich gammel hier gerade. Aber ich muss mich ein bisschen. Warte, hier ist jetzt eine Heilung. Da, da, da. Ich hätte ihn auch wegsprayen können. So, der bin ich denn, der hat eins. Der läuft zu F glaube ich, oder? Wo läuft denn der hin? Man kann aber nicht ran zoomen, ne? Na. Hm. Nee, kann man nicht. Jetzt bauen wir bei G. Toll. Hä? Ja. .. Das ist nicht so wichtig. Dann habe ich diesen Banzang ausgenommen. Wie schnell das der Typ immer noch anwesieren kann, ey. Ja. Kann man nur noch mit Andy Map-Kurser machen? Come on, wey. Wie bist du denn grad? Bei mir will einer gleich los sein. Fallschirm gibt's auch nicht. Klar, natürlich. Ernsthaft? Der Bomber war's. Der Bomber war's. Och nee. Lass mich doch respawnen. Warum kann ich denn bei Ding nicht spawnen jetzt? Lass mich doch. Da ist C unsersen, dann lässt er mich nicht spawnen, ne? So geht das nicht. Wo war ich denn jetzt? Gerade hinten bei F war ich, glaube ich. Die Scheiß-Waffe hat so viel Rückstoß. Das heißt, ey, also die Hiffen-Festchen sind jetzt nur normale. Das ist gleich mal im normalen Spiel. Bei dem Spiel gibt's dann auch wieder diese Päcke-Festchen da. Das ist eine schlöse Runde. Ja, 3 zu 7, toll. Ja, für die erste Runde nicht schlecht. Ja. Habe ich mal GG-Chat geschrieben? Nee. Doch, doch. Was ist denn hier los? Ist dann wieder für's? Okay. Ist das die Behindert oder so? In der nächsten Runde schaue ich mal eine andere Waffe vielleicht. Weil die Scheiß-Waffe hat so viel Rückstoß. Einfach da triffst du nix auf Distanz. Ist doch scheiße. Die 22 Minuten hat die Runde jetzt gedauert. Schlecht. Ja? 22 Minuten. Ja, Capture ist ja sowieso immer Conquest. Äh. Das ist immer so lang. Meistens. Bei so vielen Spielern sowieso. Da brauchst du schon ordentlich Tickets dann. Ja. Das macht schon Spaß. Auch wenn ich noch nicht viel gemacht habe jetzt. Hm? Dann muss ich noch mit den neuen Waffen, also ein bisschen, äh... Äh... Ja, ja. Reinkommen, weil die Einschuss-Waffen hier beim Medic, die ist schon schwer. Kann ich mir eigentlich eine neue Waffe kaufen? Habe ich ja schon was? Support. Ach, spielen wir mal Support. Aber nein, wo steht? Ah, 90 habe ich. Das ist eine... Automatik-Reif. Alter, was ist das denn für ein Mg, ey? Ach, so heilige Scheiße. Ich unternehme, ja. Ah, ich weiß nicht. Ich lasse es erst mal. Hä-hä, dann laufen wir mal los. Was ist das hier eigentlich? Shotgun. Ja klar, ich nehme jetzt den Shotgun. Shotgun. Das ist ein gutes Ding. Ach komm, ich nehme den hier mal. Was tut der denn? Ich will nicht customizen, ich will jetzt... Beidreht. Bist du noch nicht beigetreten? Doch, doch. Ich fahre hier gerade mit einem, der hoffentlich besser fährt, als du. Deswegen kann ich dich bei dir weichen. Der hat eine Turban auch, übrigens. Was war das mit F? Das finde ich gut. Der Typ will zur E, ey. Was mit dem nicht? Gibt es die Japaner eigentlich auch? Toll. Der Typ fährt gegen eine Hauswand. Ich will... Weißt du, das Ding jumpt so raus. Karbrook. Kaputtes Auto. Ja. Ja, aber ernsthaft. Vollidiot, ey. Richtiger Idiot. Ich will noch so aussteigen, drück die ganze Zeit. Ja, aber irgendwie ist er nicht ausgestiegen. Ach, halt schon. Gibt es doch. Oh, den habe ich gehört. Das war richtig, ja. Hä? Ja, da oben kämpft er im Headglitch. Warum nehmen die endlich nicht den Headglitch raus? Dass man von oben runter gucken kann. Das ist so gemein. Ich habe ein Pferd verbunden. Ich weiß nicht, was Schaden hat es genommen. Er hat mich mit dem Bajonett... Mit dem Pferd... Hat er mich jetzt mit dem Pferd überrannt, oder hat er mich mit dem Schwert, was er da in der Hand hatte, gekillt? Ey, wie unfair. Ich kann den nicht spotten. Ha. Das ist... Komisch. Wo bist du denn? Da bist du... Wie kann man ein Monationsding schmeißen? Hier. Oh, ich habe irgendwas Explosives platziert. Na, wird schon irgendein Idiot mal vorbeilaufen. Hoffe ich doch mal. Gut schon. Ja, von allen Seiten. Hey, was will ich machen? Sie campen wieder nur im Headglitch. Guck dir das an, da hinten. Die kleinen Penner. Mein Gott, ey. Campen sie im Headglitch. Hat man genau gesehen, dass sie im Headglitch gecampt haben. Warum fixst du das nicht endlich mal? Was ist das nicht wollen? Kann ich eigentlich lehnen oder kann ich wieder leben? Nee, man kann sich nicht mehr lehnen. Auch mal kann ich lehnen. Ja, doch. Wenn ich einfach mal hier sich dann der Ton ändere, wenn man hier mal ausdenkt. Ja, wobei das sich eigentlich gar nicht so eigentlich ändert. Ich fühl nix. Ist ja wacke, ja. Oder ich ja doch irgendwas. Irgendwas würde ich fahren, oder? Da oben ist einer gestorben. Nein, nein. Als ein AP abgestimmt. Ich hab auch keine Medikasse, Medikasse. Nein, ich hab einen mit einem G. Hier müssen wir rein, wobei ich rumlaufe. Ich bin doch gerade eben D-Einbründung. Ich guck mal hier aus dem Fenster. 18 AP, das kann doch nicht sein. Gibt's da nicht. Ich bin so schlecht, wenn ich spiele. Wieso darf ich jetzt da nicht spawnen, oder? Will da spawnen, darf ich nicht? Ach komm schon, ich wollte auf den Fenster stehen. Da hatte ich gerade mal wieder mehr Glück als Verstand. Das war echt gut. Ich habe nur noch 19 AP. Ich habe nur noch 19 AP. Ich habe einfach nur gute Sprech. Ach, scheiße. Einmal gezielter Beschuss wäre halt auch nicht. Das ist nicht da, da wenigstens sparen. Hey, Medik. Ich habe nur noch 19 AP. Ich habe nur noch 19 AP. Ich habe einfach nur gute Sprech. Ach, scheiße. Wie immer halt. Ja. Bin ich jetzt eigentlich der Typ, der die Tranks noch gemacht hat? Weil ich hier nur so... Sprengschnappel, das sind auch keine Arten. Das ist wie ein Juni. Ja, das sind die ganz große. Ja, der klaut mir. Oh, 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 oh. Habe ich dir gerade wehgetan, oder? Keine Ahnung, irgendwas ist explodiert. Ernsthaft? Ja, wo war der denn? Ich bin tot, ich bin tot. Das hat einer mir falsch gemacht gespielt. Das sehe ich schon mal, dass ich das habe. Wir haben Objective Duff genommen. Ich habe mich gerade mit dem MG einfach nur rumspray und nichts normal schieße. Yo, Schützer, der Aufzieher. Enemy Pilot, besitzen Sie! Wir haben Objective Charlie verloren. Komm, jetzt! Er hat mich schon wieder mit dem Pferd überholt. Ey, das gibt es doch gar nicht. Das Pferd ist doch nie im Leben so stark, dass er mich killt. Das ist ordentlich. Wenn das über einen Tuber läuft, schon, aber das kann mich doch nicht einfach so... Wie geht das? Das ist auch wieder nur Battlefield-Logik. Ich weiß, ich bin noch nie vom Pferd überrollt worden, also... Du wirst ja vom Pferd nicht überrollt, das hat ja keine Räder. Ja, was ist über Tuber gelaufen? Wir sind immer vor ein Pferd mit Rädern. Nee. Hm. Hm. Komm zu dem Objective! Boah! Wieso niemand in unseren Squad rein kommt? Das war mir komisch. Ich hab schon Bock auf uns. Oh, das ist ein Tränk. Huuhuuhuuhuuhuuhu. Steht der da rum ey? Attack Order Complete. Aha. Mhm. Eigentlich was hab ich gemütet. Ja, weil wir sie, äh, beten sollten. Ja, vor mal dahin. Immer wieder. Ich kann ja sehen. Enemy Hit 72 ey. Keine Ahnung, ich hab den oft getroffen, aber er ist nicht gestorben. Mein Geschmack halten die Leute ein bisschen zu viel aus. Okay, Bugs sind ja auch noch drin. Dann kann eben die... Die Model von dem Typen hat total rumgepackt. Er ist auch nur ne Beta, ne? Ich darf halt nicht vergessen, was wir hier grad spielen. Nein, ich mein, du hast mal... Ach, da liegt... Ernsthaft. Der liegt da. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Da waren zwei Stück und ich hab mich nicht schnell genug umgedreht. Muss mit dem Space drücken, dass man da raus... wieder reinkommt. Muss man sich auch noch trainieren. woher da ist... Wie her? du hast... Spielen mal alle Scout. Nein, Scout spielen jetzt. Ist so sch... blöd. Spielen wir mal Medic. Da haben wir so ne Einschusswaffe. Ach, das ist wie die MM... Wohl da steht, dass es... Wieso kann ich nicht bei der weiteren... Nein, es ist total. Bin noch gar nicht tot. Jetzt haben wir schon mal. Alles klar, schmüllig. Hier bin ich warte, bis du wieder spawnst. Lächerlich. Spawn halt neu, du blödes Ding. Hätten wir gerade einen gehört hier? Kannst du nicht bei mir spawnen? Das habe ich vergessen. Ich habe nicht gewohnt, du wirst wieder spawnen. Dann kommst du nicht. Das hätte einfach durch runtergefallen. FK 96 Geschütz, also so ein stationäres Geschütz. Alles. Ich nehme mal wieder MG. Boah, Alter, dieser Einschusswaffe ist echt hier so ein bisschen speziell. Achtung, 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 Achtung. Scheiße. Ah Gott, nein. Jetzt haben wir jetzt wieder rausgegangen. Treff den nicht. Ich bin zu schlecht. Ja, verschieße ich den halt mit der Pistole. Oder auch nicht. Ach, der war da hinter dem Geschütz da. Also die Waffe hier, die Einschusswaffe, die ist echt gewöhnungsbedürftig. Da brauchst du schon richtige Präzision. Ach, das ist hier wieder verkehrt, weil es wiederbeleben ist auf 3. Kannst du es tauschen, ne? Ja, ich denke mal später schon, aber im Moment nicht. Der schlüppt zwei Schüsse aus dieser Ding, Alter. Zwei Schüsse aus dieser Waffe. Sieh mal Kugeln, bis die da reingeschoben werden. So schlüpst du auch nicht zwei Schüsse, ey. Jetzt sind die nebenaus. Kann man das Ding hier einstellen? Oh, wow. So schlüpst du auch nicht. Ha 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 ha. Okay. So ein stirあener. So ein T-I-N. Du meinst das? Oh, no! Oh, no! Oh, wow, wow! Ich sehe, ich habe den Tank. Das ist vollkommen, ich stehe ja in der Unterwaffe hier. Ich werde jetzt nicht mehr ganz weiterlaufen. Schade. Wo denn? Die sieht man nicht. Ja, weil die alle headglitschen, wie immer halt. Der liegt da hinten. Da sieht der nicht. Ah, der liegt da. Wir sind gerade in Deckung, ich brauche ihn wieder. So, jetzt gehts aber. Ja, einfach über die Mauer drüber springen geht schon. Was? Es ist doch. Toll. Wie die immer so Glück haben. Sniper ran. Was ist das? Sniper brunieren das Spiel. Wie immer. Was? Wie viele Schüsse muss man denn bitte auf ein Pferd schießen? Da steht sogar 0 HP. Hä? Wie viele Schüsse muss man denn bitte da auf so ein Pferd draufschießen? Was? Wie viele Schüsse muss man denn da auf so ein Pferd draufschießen? Wie viele Schüsse muss man denn da auf so ein Pferd draufschießen? Mann, lass mich doch nicht spawnen, bei den Tanks spawnen dort Nee, nee, wie ist das, Junge? Jojojo Was ist denn der Tank hier? Jo, das war richtig der 12er Polizei, ey Aber egal Und dann hab ich noch erwischt Halbzeit In 2 Minuten Ich hab Schaden vom, vom, äh, Zaun bekommen Woll ich nur mal sagen Stacheldraht halt, ne? Ja, ja Ich kratzen durch den Angebrei Äh Oh, ich hab den Tank gehittet Das ist ein MG, ich dachte, das wär so eine Panne Ah, der, 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 der Panzerfahrer war ein Idiot Er hat mich gekillt Naja Ja Der ist irgendwo eine Verbündet, die da rumgebrüllt haben Ja Die ist super schwer Ich nehme das halt hat er mich erschrocken was impact granate klar nur weil ich angehittet war es damals schon die granate gab wär mir aber neu aber ganz knapp ganz knapp ja gut mit einem punkt unterschied wie haben wir denn gemacht wir haben zusammen 12.300 punkte gemacht 15 kills 23 tode sieht man das bei squad ja da sind wir zusammen die kurde von uns beiden 0,6 da muss ich noch irgendwas tun ja die waffen sind schon scheiße ich komme auf die noch nicht so wirklich klar ich bin level 3 ok scoreboard 3,7 nach sieben minuten muss ich spielen damit ich wieder rangen aufmache rangen aufmache 7 zu 11 und 8 zu 12 von meinem pc kommt gerade so eine warme wolke her ja 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 ok ja ich glaube ich kaufe mir jetzt ein md normalerweise hätte ich ja ab heute keine probleme mit dem aufnehmen mehr eigentlich schon ja ich kaufe mir mal das md hier das sieht genau so gut wie das andere also kann man da nichts dabei falsch machen weil ich hab mir nämlich ne neue grafikkarte organisiert ne gute schöne neue gtx 1077 ja nicht einsteigen nein ich will aussteigen ich will da aussteigen nein also ich sitze da drin ich drücke E und dann steigt er wieder ein naja naja auf jeden fall habe ich heute 5 stunden versucht das Ding zum laufen zu bringen aber es geht einfach nicht das packt man einfach nicht ich schätze mal einfach dass wir haben einen neuen Spot mit dir ein neues Spot mit dir ja ich schätze mal einfach dass mein mainboard einfach zu alt ist mit 4 Jahren das ist bestimmt einfach zu alt das ist nicht mehr unterstützt könnte sein wir wissen es halt nicht ja man kann es halt nicht nachvollziehen ich kann halt die grafikkarte nirgendwo anders einbauen um jetzt zu gucken ob jetzt die grafikkarte kaputt ist und ich habe ja jetzt ehrlich gesagt keinen bock die einzuschicken und dann schicken die mir eine neue und dann habe ich den ganzen Stress von heute wieder weil es nämlich auch richtig beschissen war und dann habe ich die grafikkarte reingemacht dann ist keine ahnung ist irgendwie der RAM rausgegangen dann hat er meinen RAM nicht erkannt dann habe ich eine Stunde lang den RAM ein- und ausgebaut also ich habe den eingebaut probiert zu starten ging nicht wieder ausgebaut wieder neu rein so lange bis es ging nicht es war richtig richtig bescheuert einfach scheiß mainboard ey wird eigentlich einfach rausgeschmissen da steht ein Pferd da steht ein Pferd dass du halt jetzt die grafikkarte kaufst und dann nicht geh das ist ne ja das ist scheiße jetzt hat keine ahnung muss ich mir einen komplett neuen PC kaufen der lag da in dem Busch in dem Busch ich habe den echt nicht gesehen wo denn hä 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 wie kann denn ich krieg von hinten Schaden und von vorne was ja da war noch ein aber wie wie was sind noch am Leben aber wir sind doch noch ein paar mehr ne du bist nicht aber wir sind jetzt schon mal ein paar mehr im Squad mann diese scheiß Sniper mit ihrem scheiß Headglitch es ist so unfair man kann gegen die Leute nichts machen ich finde jeder der Headglitch sollte wegen Schiebung gebangen werden direkt er wurde nicht da haben wir noch der Messer was war mit der Schaufel mit der Schaufel Messern ach mann hättest du mich doch die noch killen lassen du Arsch ja sitzt da hinten halt wie der Schaufel wieso wo steht eigentlich wenn ich spawnen dann wo wo steht das unten da steht cancel und da lädt sich so ein Balken auf dann steht da Deploy ich stehe guck einfach wenn Deploy da steht dann kannst du spawnen was 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 2 gegen 1 und der gewinnt miss da ist da läuft irgendwas falsch oder ich will nicht hochklettern ich wollte da nicht hochklettern komm wir spawnen mal hier ja 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 ich hoffe ich bin ja nicht blöd ich glaube einfach so dass ich hinter dem bin ich bin ja 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 eigentlich ist es nicht Hardcore hier das hätte ich dir jetzt dort locker umgenietet ach so da hat der beiden da sind beiden und dann sieht man fast gar nicht ja den sieht man echt fast nicht richtig dumm ich tut da die ganze drauf wie sieht das Boney nicht ja 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 aus der Distanz der schießt mit dem MG aus der Distanz und hat noch eine gute Präzision will man wissen wie der zielt das Ding verzieht doch in alle Himmelsrichtungen willst du damit bitte zielen keine Ahnung von allen Seiten von überall ja boah kann man ja nicht alles klar hm von dahin ja ja ich hab ein Force Kill gemacht das ist fett uuuuuh Fert Kill also United Kingdom ich will nicht United Kingdom sein jetzt aber nur Engländer oder 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 was sind die anderen oder was was denn das Gegner tüßen glaube ich ach das ist ein Gegner hier was ist denn los hier steht ein Held neben dem Gegner du merkst es nicht hm aber der hat es auch nicht gemerkt weißt du ja wie soll man da denn bitte ausweichen das sind einfach nur ganz viele Granaten symbole grad gewesen das sind so Momente, wo man nix machen kann Absolutes Chaos Könnt der jetzt mal bitte bei dir weiterkommen? Warten, bist du spiel draußen? Es wird's noch schlimmer Nein, wenn die Spawnpider wird, bist du tot? Nö Wieso darf ich jetzt sagen? Kann den nicht spoten, Mann, warum? Wir müssen ja Weiß ich doch nicht, hätt ich ihn spoten können We have lost objective freddie We have lost objective butter Hatatata Was der? Äh, Alter Däh, hätte ich auch nix machen können mit 8 HP, ne? Klar, ich habe den zusammen geschossen, weißt du? und kriegen keller ist richtig scheiße ja alles explodieren wenn ich glaube ich bin einer zu durch zum panzer fahren kann das sein glaubt das sollte man die bedienungsanleitung lesen ja wir können sogar gewisse damen besser von zu fahren er muss verliebt ich habe gesagt da können gewisse frauen besser panzer fahren als der der gegen die wand ja 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 da ist ein panzer ja da ist ein panzer ja das ist Giftgas ich mache mal eine Giftgasmaske an ich habe einen Gegner gekillt und dann kommt einer von hinten und messert mich alles klar das war jetzt aber unfair man das war ein guter kill aber wenn man die Maske auf hat kann man nicht mehr zielen ja das will ich ja er in der Nacht da muss er die Maske an aber egal das Sprain war auch gut was ist das hier für ein Idiot guck dir das man Sollen Leuten verliert man immer, ey. Enemy hit nur. Auf dem Balancebalken! Irgendwas schießt auf mich! Alle tot. Nein, noch einer! Nein! Ja gut, ich hätte eh nachladen müssen, egal. Ich hätte eh nachladen müssen. Ich wollte gerade nur auf die Pistole wechseln. Scheißen, Dreck! Spawns, aber ich werde eigentlich hier bei dir jetzt nicht spawnen. Nein, du müsstest das können, hier ist gerade jemand. Wenn ich auf dich Doppelklick mache, kann ich nicht spawnen. Was war die Tank? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm, jetzt, ich bleibe mal nach. Wir haben ja auch nicht auf den Auge. Oh Gott! Ich muss so nachladen, ich schiebe Waffen, ich skippe Waffen. Oh, warum tränen das jetzt? Oh! Shit, Alter, ich sehe gerade gar nicht, ich sehe gerade überhaupt nichts. ich werde nicht wiederbelebt man muss jetzt immer wenn man wiederbelebt werden will muss man gut drücken also um die reanimation anzunehmen überhaupt dass jemand sich hier animieren kann dann nämlich request for also anfrage zum wiederbilden wird irgendeiner im kreis glaube ich medic oder alle medics im kreis werden dann gesagt hier da ist einer der kann wiederbelebt werden ich bin ja medic ja alles klar ich kann damit nicht umgehen, ich weiß es Rettungsmesser, die meistert mich, ja, ein verbeter Waffe, während die auf mich zu rennen und meine Schüsse reinrennen und alles Rettungsmiss, doch das Spawnen Nein, ich schaff's noch bei dir zu spawn Aaaaaah Ich bin der Boss Mach knapp Mal gucken wie lang Ach, lass mich open Die sind jetzt nicht 8 Jahre alt kopf unten halten da ist ein panzer stellen wir von dem panzer weg rennen reichert mal wenn man nicht komplett abgelandert, dass man Munition verliert, hab ich jetzt gar nicht geguckt ne du verlierst nur die schüsse die du brauchst unter mir, nein oh wie viele leute das da jetzt waren ich bin zu elf jetzt gibt's ja gar nicht zwei stück, zwei leute waren da jetzt verlieren ich hab 3,8, was soll los also bis jetzt kann ich sagen battlefield 1, ja ganz gut kann man spielen aber jetzt das sind ja nicht alle, vielleicht wenn alle Funktionen drin sind mit Visieren wenn es das überhaupt gibt man weiß ja nie aber eigentlich schon man könnte es schon, ganz gut werden ich war bitte von 4 ist ja auch das ähnelt sich ja sowieso so ein bisschen ja wo ist der jetzt hin? wo ist der hin? ich habe das zweite gesucht, freige Sau, au 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 au, oh diese Legs, die nerven schon echt extrem ne ich weiß nicht was da heißt wieso verdienen wir eigentlich, wir haben noch mehr Punkte als die die scheiß Legs, die ich immer hab, die nerven extrem ja jetzt zum Beispiel, da hab ich wieder ein Frame Drop ja die GPU greift nicht aus, ich weiß schon wie kann der denn mich abschießen, wenn der mich nicht mal sieht hä? da ist klar, mhhh wie kann der Panzer mich grad getroffen haben, wenn der nicht mal in meiner Sichtweite ist oder in meinem Sichtfeld oder irgendwie hä? wieder das scheiß Haus da ey immer das gleiche Haus boah ey, alter Schwede halbzeit, wir verlieren upperhand wie die Pferde ja einfach sehnwürgen stehen das Klee kommt um rum und er explodiert alles ach, guck dir den Lappen an wie er in den Headclitch fliegen muss, weil er keine Chance gegen mich hat der hier gut, ich glaub ich war grad auf im Headclitch aber ich darf das ja immerhin einen noch geholt ja immerhin einen noch geholt wo fliegen denn bitte die Tandaten das ist ein Supersoldat, der kann hier halt so tausend Kilometer weit werfen los, F-spawn toll hä, was ist hier los? okay ne ich hab eigentlich geklickt mit nem Messer ne ich gehe auf den Felsen hoch ja nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt geh ich weg hier Ich klettere zweimal auf den Fels nur, was ist der Feld jedes Mal wieder runter? Ach. Pass auf, da vorne ist Sinn, wäre ich ja im Headglitch. Achso. Ja, da kannst nix machen. Vorne ist einer. Ja, ja, ja. Der hat gerade eben noch gerade ausgeguckt. Ich will mal wissen, woher der jetzt wusste, dass ich da langsache. Enemy hit 50. Toll, was haben wir jetzt her? Jetzt nehmen die G ein, ey. Wo kommt der jetzt her? So, dann gehen wir mal wieder auf den hier drauf. Ich will gehen mal wieder. Ich will, finde, will ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Jetzt bauen wir mal wieder bei unserer Base und gehen mal zur G. Kapitel der Objektiv! Wir haben noch eineinhalb Minuten und noch zehn Punkte Unterschied. Klar, wo kommt der jetzt her? Ich hab mich gerade eben umgedreht. Ich verstehe immer nicht, wie die Leute einfach dann herkommen können, ohne dass man dich sieht. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp! Naja, 9 Punkte mehr, ne? Kann ich gar nicht mehr GG machen, toll. Guckst ja auch nicht. Mach ich aber eigentlich gut. Und? 39 zu 53, 0,74 KDW, sonst ist gut. Ja. Level Up. Fast Level 4. Fast. Hm. 5 zu 15, meine Güte. Ja, ist ziemlich krass. Ja, ja. Wir machen jetzt noch, weiß ich nicht, eine Wunde oder zwei und dann rechts vorne auch. Ja, ja. Eine kann man auch machen. Gucken wir mal, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich schon nochmal was auf der PS4. Ich weiß nicht. Oh, jetzt sehen wir mal die, was sind das eigentlich? Hutton Man Empire. Also, wo immer das ist. Ich hab keine Ahnung. Tiefenunschärfe ist an, deswegen geh die Framerate immer mal runter, wenn ich anvisiere. Tiefenunschärfe. Tiefenunschärfe. Ah, ja, ja, ja. Wenn du ranvisierst, dann wird alles, was nah dran ist. Zum Beispiel die Knöpfe auf dem Ding werden unschärf. Auf dem Waffe oder was? Ja, auf dem Ärmel. Also ich hab doch so drei Knöpfe auf dem Ärmel, die werden unschärf wenn du ranst. Das ist Tiefenunschärfe. Ah, ja, ja. Merke ich jetzt nicht so viel von... Ah, ja, ja, gut, ja. Können, kann so sein. Gehen wir zum D, oder? Hey, Defi, müde abhalten! Ja. Wird dieses, dieses aus der Base rauslaufen, ne? Ja, ich hoffe auch mal, dass diese Stimmen... Die Stimmen... Die Stimmen... Die Stimmen... Also die Stimmengebung auch im Deutschen dann... Auch so ist, dass halt... Die Engländer eigentlich spielen und die... Die... Magen wir mal einfach, dass die Türken... Die Türken türkisch spielen oder so. Ach, da. Ja, was, ja, was? Ja, genau. Der Tank hat eine bessere Präzision als... Alles andere. Ja, ja. Hm, ne, ja. Zu D brauchen wir jetzt gar nicht gehen, da ist ein Tank. Fahre jetzt ab. Fahre jetzt ab. Fahre jetzt ab. Fahre jetzt ab. Die Animation hab ich jetzt nicht geträgert. Flankenwerfen! Flankenwerfen! ja bewegt sich schneller als ich visieren kann bestimmt dass mir hier sich nochmals passieren kann ey Ich würde so 8200 dp einstellen, was explodiert denn hier alles ein? Ich habe gemotet, die LL4! Na, Braun, ist hier nicht so. Freddy ist tot! Ja, Charlie! Charlie Brown! Jetzt gehen wir zu Freddy, oder? Ready for Freddy? Wir hören uns Freddy wieder. Freddy darf nicht helfen, den Pengern gehören. Großbritannien. Die Böse. Achso, ich habe die Tür aufgeschlagen, jetzt noch wieder. Die Animation. Ich hab's noch erwartet, es war keine Tür. Wir haben einen Schauber-Kill gemacht, muss es sein. George? Wir haben George verloren. Wo wäre die Stelle abgeschossen? Schattig! Warte! Jetzt haben wir fast alles verloren. Oh, zwei Kills am Stück gemacht. Was schießt eigentlich? Geh mal zu F. Zu Freddy. Zu Freddy Krüger. Hehehe. Hehehe. Helm. Ja, wie sagt man eigentlich schon? Warte mal. Warum gibt's keinen Buchstaben wie für Wilhelm? Wilhelm, Wilhelm. Ja, Wilhelm. Also ich will halt einen Helm haben. Oh, da ist ein AFK-Mensch. Das ist kein AFK-Mensch, weiß auch nicht wo. Oh, ich habe eine Flagge eingenommen. Weiß auch nicht wo. Wow. Da ist ein Panzer. Da gehe ich weg. Wenn du mich einmal drückst, wäre ich tot gewesen. Hahaha. Nein, ernsthaft. Oh, hinter mir. Nö, hä? Doch, hinter mir. Mit der Sniper. Ich gehe mal zum AFK. Ich gehe mal zum Medical. Ich gehe mal zum Sprachen. No, im Grunde kommt er. Na, wenn er nicht kommt, dann kommt ich halt. Du, du das Fahrzeug. Da steht vor mir ein verbündeter Panzer und er sieht nicht, dass neben dem ein Fahrzeug ist. Oh Gott. Nee. Klar, ich habe den Headshot gegeben und der stirbt nicht. Also im Ersten Weltkrieg hält man auch mindestens zwei Schüsse in den Kopf raus. Kein Problem. Hat sich halt den Menschen nicht viel geändert. Ja, der hat wahrscheinlich so Stahlplatten. Aber hat sich halt nur geändert, ne? Ja, super Soldat. Kannst du mal in den Kopf schießen, läuft immer noch weiter. Ja, wir können immer noch umgeben. Also wir konnten im Ersten... Also die Soldaten konnten im Ersten Weltkrieg auch schon unendlich rennen. Ja, können wir auch. Mein gut unendlich rennen ist jetzt bei so einer Kartengröße, wenn du kein Fahrzeug hast, schon ganz okay. Das verschafft jetzt auch keinen Vorteil. Aber ich finde, der Headshot sollte halt einfach Headshot sein. Ne? Headshot ist Headshot. Das gilt ja... Das gilt ja... Battlefield gilt es ja nur bei Sniper oder irgendwelchen anderen Waffen, die halt... Dann ist mal immer... Ich weiß nicht, ob ich bis jetzt noch keinen Headshot mit der Sniper gemacht habe. Ja gut, doch mit der Sniper... Ja, wie macht er so viel Schaden? Die machen schon so viel Schaden. Sniper. Aber nur auf dem Kopf. Oder Brust. Über der Brust, glaube ich. Ich weiß es nicht. Naja, bei manchen Snipern brauchst du immer Kopftreffer oder so. Wo will denn der Zigeuner hier hin, ey? Wie das aussieht, wenn du die Munition so rutschst. Und noch ein Abstauberkill gemacht. Drei am Stück. Oh, 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 da hinten ist ein ganzes Nest gespawnt. Ich hätte eine Granate hinwerfen. Ich wäre eh runtergerollt, die Granate. Bleib da, was soll ich kommen, ey. Bleib da. Ja wie, was für ein Invile-List-Bornpoint? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Warum ist das ein Invile-List-Bornpoint? Das gibt doch keinen Sinn, sonst brauche ich halt bei der Flagge. Battlefield wurde halt wenigstens noch angezeigt in Battlefield 4. Ja, ist halt gerade schlecht da. Ich hoffe nur, dass die das da mit reinnehmen, dass das angezeigt wird. Oh, da ist ein Flugzeug gerade kapo ums gemacht. Ich glaube, das Haus macht gleich kapo ums. Ich gehe mal raus. Ach, man kann noch mehr rüber... Okay. Ich weiß es nicht, was man... Hallo, Pferd. Pferd lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, das hat eine Pferd-Geduld. Äh, da... Da war ich nicht drin. Na, hinten ist es halb. Geh. Noch mal zu probieren. Ich bin jetzt ab, ich bin jetzt lasst. Da ist er. Da ist er. Und vor uns. Und neben uns. Und über uns. Und unter uns. Bestimmt auch. Eigentlich überall generell. Ich frage mich ja, wie die das machen mit den unterirdischen... Äh, Sachen. Weil da gab es ja auch... So unterirdische Gänge und so. Ich weiß nicht. Ich würde da auch noch so eine Web machen, wo man da unterirdisch kennt. Also mit dem Kram kriegen, wo dann noch Tunnel und alles mögliche. Ich wollte auch nichts zu achten. Klar. Hm. One-Hit. Klar. Bestimmt. Dann eine Web. Man muss mit der Sniper One-Hit machen. Dann eine Web, wo man die ganze Zeit seine Gasmaske aufhaben muss. Man muss mit dem Giftgas. Das ist äh ... Mit Tankhülde! Okay, der Tank sieht mich nicht. Der Tank sieht mich nicht. Bombo, guckt her! Der Tank sieht mich nicht! Nein! Du siehst mich nicht! Okay, mit der Pistole darf man nicht aufhören, aber der Tank hat mich nicht gesehen, komischerweise. Der war zu beschränkt. Respawn! Ich kann das spawnen, nein darf ich nicht. Oh komm, das ist C. Oh, 5 zu 6 wird ja langsam. Auch bei C sind gerade welche. Mit der Pistole Headshot Bonus gemacht. Da steht ein Pferd mit seinem breiten Arsch, Alter. Erstmal die Pistole nachladen. Okay. Klar, was ist jetzt neben mir explodiert? Komm mal, warte, ich kann nicht mehr fliegen. Wir haben das Schmeiß genommen. Ist es aufgenommen? Oh, 895 Punkte habe ich gemacht. Oh, Alter. Ich glaube, ich lasse es mal bei C. Das ist sicher. Ich lasse mal C verteidigen. Ich lasse mal C verteidigen. Wir haben den Power hochgeklettert. Ohne Hände. Wir haben Objective Apples verloren. Ich lege jetzt schon. Hast du da gerade einer à la Walkball geschrien? Wieso sagt er eigentlich nicht wieder, wir lösen Objective Alpha, dann hätte es ja auch nicht. Da konnte ich mich gar nicht umdrehen so schnell. Ich konnte den Engie nicht treffen, der hat sich so komisch bewegt, dass ich den nicht treffen konnte. Das weiß ich. Ich glaube, der hat nur rumgesprayt. Egal, ich geh mal zu. Also A. So ein bisschen schneller, ne? Ich hab den vorher gesehen und ihn vorher getroffen und seine Pistole ist unendlich stärker als meine Waffe. Bestimmt. Bestimmt ist denn seine Waffe unendlich stärker als meine. Ja, ja. Wir haben den Objective gemacht. Wir haben den Objective Charlie verloren verloren. Nein, wir haben das nicht verloren. Ist das keiner da hinten? Ich wollte jetzt nicht die Maske aufsachen. Genau. Wir haben den Objective George verloren verloren. Jetzt wird es wieder Windig. Hm. Was ist mit dem dynamischen Spitz? Dynamischen Wetter. Was macht man? Von Abwechslung. Nein. Wenn man abwechslungen hat dann. Ja, ich wollte. Nein, ich brauche. Also so langsam werde ich mit der Waffe behaben. Was? Scharfschütze. Der Scharfschütze. Der wird eingenommen. Boah, wie schnell nehmen die dann bitte die ein. Können wir bei 10 nicht spawnen? Alles kommt nicht gut. Wir haben objektiv Charlie genommen. Wir haben objektiv Edward genommen. Interessanter Graben. Wir haben objektiv Charlie verloren. Wir haben objektiv Charlie verloren. Wir haben objektiv Charlie verloren. Nein, ernsthaft? In dem Leben Doubleclay. Können sie mir doch nicht erzählen. Wir haben objektiv Charlie verloren ist. Klar, von was bin ich jetzt gestorben? Ich hätte wirklich besser wissen sollen, dass man auf den Sniper nicht schießt, sondern... ...begleicht. ...begleicht. Bei E war ich noch überhaupt nicht. Aber da soll ich nicht hingehen. Da ist nix. Da ist nix. Da ist kein Pferd, kein Flugzeug. Da kann man nix. Da kommt man weg. Aber da ist es mal da. Ja. Tja. Wollen wir mal zu dir gehen? Wollen wir mal ein Taxi rufen? Können wir mal machen? Jaa. Ach komm schon. Komm schon, das gewinnen wir jetzt noch. Was haben wir noch? Ja. Du trägst Krücken auf deine Krücken, weißt du's eigentlich. Ich bin ja auch Medding. Ja, ja, aber was bringen mir die Krücken? Die gab's halt noch im ersten Blick. Zwei Medding brauchst du ja auch nicht. Die Krücken sind so, wenn mal jemand im Kopf schießt, dann ist der ja nicht tot. Da ist der halt so irritiert, dann rumpelt der halt rum, weißt du. Ja, bestimmt. Die Krücken da unten trifft, meine. Der Hedgehoff-Bohne, sag ich schon mal. Was ist denn der 5? Ach komm schon, ich wollte mit der Granate killen. Ne, der f***. Wie lange die hier brauchen, um so ne scheiß Flagge zu hissen. Das ist so ne türkische Flagge, oder? Das ist so ne türkische Flagge, oder? Ja. Ich schon, aber da steht nicht Türkei. Da steht irgendwas anderes. Komisch, ne? Wahrscheinlich dürfen die nicht Türkei sagen. Vielleicht hat's früher anders geheißen. Hat sich ja mittlerweile alles... Ja, dann aus. Und aus, cool. Ich hab was so umgedreht. Wir waren die ganze Zeit hinten und jetzt haben was so umgedreht. Jawoll. So muss es laufen, so muss es sein. Ich hab das noch die beste Runde bis jetzt. Ja. Das ist ein Quad, wir gucken. Das wird immer noch negativer, wie soll's. Scoreboard, 8-11-0. Kann ich auf mir? Ah, ja gut. Kann ich das wieder ausmachen? So. Wie sieht's eigentlich bei mir aus? Oh, ja. Personal. Oh, ja. Oh, 1,11-er kann hier, oder? Das war so... Ich bin vierter in der Flaggeneinnahme. Ich bin Level 5. Äh, ich bin Level 4. Uh, Level 5. Ich bin schon Level 6, was ist hier los? Was? Bonus-Score. 2.246 XP Bonus-Score. Ja, ich bin schon. Geht schon schnell. Ja gut, bleiben wir noch drauf, oder? Komm, eine Runde können wir noch. Hm. Eine Runde können wir noch. Spawn wir in so einem Anzantel. Achso, ich bin schon wieder drauf. Hey, du kannst noch nicht sparen, aber komm mal. Nee, wir fliegen eh gleich wieder in der Luft. Was? Äh. Das sind immer vier Leute. Also acht, fünf Leute können ja nicht sein. Das ist aber sehr nackt. Wo hier irgendwas ist. Und da. Das ist ja schneller als du mit dem Panzer fährst, ey. Jetzt müssen wir hier so Panzermusik aufspielen. Da 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 da. Boom. Hast du eine Panone, oder was? Ja, ja. Wir bringen das Pferd in die Luft. Ich hab genau das Pferd mit. Das Pferd ist halt. Wir haben den Apfel eingenommen. Ja das hier ist aber auch einer der ersten Panzers, auf jeden Fall. Ich steige aus und steige sofort wieder ein, was ist denn das? Ich steige aus und werde sofort gekillt, ähm, gekillt, gekillt. Ich steige aus und der steigt wieder ein, also die Animation kommt, dass ich wieder einsteige, obwohl ich ja eigentlich aussteige. Toll. Da ist wohl noch ein wenig was boogie. Ich wurde überfahren. Ich wurde überfahren. Der Panzerfahrer ist ein Idiot. Der kämpft da oben in dem Fenster drin, toll. Wow, wirklich große Leistung. Immer schön warten, bis irgendeiner vorbeiläuft, der keine Ahnung hat. Ja. Finde ich gut, so muss man das Spiel spielen, rumstehen und warten, bis einer vorbeiläuft. So kann man seine Spielzeit auch hoch bekommen. Ja. 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 da unten stand der und warte nur für sich oben rauskommen immer der wusste dass ich hier oben rausgehen oder vor hätte irgendwann da oben raus zu gehen immer fest Wir haben objektiv freddy genommen. Aber kann ich mal... Weil die beiden manchmal nicht nur in seinen Kugel geschehen, weil... ...der voll überlebt hat, weiß ich nicht. Aha! Söhne Unterstützung! Vielen Dank. Hey! Was war jetzt los? Jetzt hab ich irgendwie festgegangen. WTF? Was war das jetzt? Ich hab jetzt explodiert. Hm? Keine Ahnung. Irgendwas ist da grad irgendwie explodiert. Ich hab keine Ahnung. Anime Hit 90. Ernsthaft? Wir zweimal treffen mit dem Knüppel stirbt er nicht. Wir müssen dreimal treffen. Das ist ja der Yandere Simulator besser programmiert. Wenn da jemand mit dem Baseballschläger in die Fresse haust, das hat doch. Das ist aber auch der Yandere Simulator. Naja. Das ist kein Pettifil. Aber das ist ein Anime angepasstes Spiel, was realistischer ist, als ein Spiel, was realistisch sein soll. Da liegt er. Stimmt er? Ne, dann geht er nicht. Was explodiert denn hier jetzt? Hör mal auf. Da liegt er. Ja. Sieht eigentlich aus. Ich hab ihn grad noch gesehen, was er hat mich nicht erwischt. Steht da hinter der Wand, hat sich HP. Ja, der hat versucht mich zu messern, der Idiot. Ich hab ihn erschossen. Warte, warte mal. Ich nehm mal... ...Medic. Customize. Jetzt gibt's noch mal so viel. Wann kann ich eigentlich... Hä, was für'n... Wie kriegt man eigentlich im Rang vom Medic? Aufsteigen kapier ich nicht. Ich bin doch schon Rang... ...Medic Rang Nuller, wie... Wie bin man denn... ...Medic Leveln? Steht da hier nirgends, ne? Nö. Normalerweise levelst du den Medic, indem du damit spielst, halt einfach... Naja, aber es steht da nirgends, wie weit ich da bin. Klar, ist klar, ja, ja, mhhh. Oh, es ist ein Schleizwürger. Was sind denn die Str... ...Visieren? Noch nicht. Oh, es ist ein Schleizwürger. Oh, es ist ein Schleizwürger. Oh, es ist ein Schleizwürger. alles klar ich laufe macht mir trotzdem schaden so sieht man die leute auf der karte so sieht man die leute auf der karte nicht schießen ich brauche nicht und bin tot wir haben lost objective charlie wir haben lost objective charlie wie schön die mir ist ein oh das ist ein tank 33, ob die hatte dann noch oh man ey das ist kein gutes Spiel ja, nenni check kisses Ok, ist nicht wie man hier Level aufsteigt Vielleicht geht das auch noch gar nicht Ja, aber die anderen haben da auch andere Waffen Die haben auch hier diese Anderen halt Wo war es denn? Hier das... so... Den da, glaube ich, hatten sie Den hier hatten sie Gucken wir mal, wie die so ist Ähm... wie Oh, jetzt glaube ich, habe hier aber zwei Nächster Das sieht doch mal aus Das hat... das... die Waffe gefällt mir Wir nehmen sie Die ... ist sicher Das ist schade Wir haben den Sie Lass uns abgehört, dass wir Inh.. ja, ich komme Das ist schade Das ist schade Wir haben die Oh, ich 테ine Oh, ich bin jetzt Scheiß Flugzeugflieger. Am Weg. Ist das ein Panzer oder was? Ja. Ja, das ist ein Panzer. Bringt's hier ja eigentlich gar nix, ne? Wenn man ein Panzer ist. Nee, nicht so wirklich. Gut, ich hab eigentlich Panzerabwehr... ...Panzergranaten... ...abschießen, das Ding hab ich, was ich weiße. Ich muss ein bisschen nah da hinkommen und überleben. Hm. Also ich kann nicht so weit schmeißen, ne? Das ist natürlich nicht gut. Ich bin nicht getroffen, ne? Ja. Ja, wie... Wie trefft die mich denn eigentlich? Durch alle Wände... ...durch... ...alles hab ich... ...hier zu hier und dann zu elf. Zu Freddy! Freddy! Das ist grad kein Gegner mehr. Oh, du heilige Scheiße. Da waren grad so viele Leute, ey. Ich hab alle gehittet und keinen getroffen. Äh... Alle gehittet. Ich hab zwei gehittet und aber keinen gekillt. Äh... Ich hab dich das auch nicht. Wir haben ... Wir haben ... ... die außerliebe Knur. Nein! Ich hab ihn doch nicht! nein ich bin ja ein Panzer, es kann ja nicht so kann man nicht instant respawn ist doch viel besser ja das ist doch scheiße Heavy Tank alles klar was ist das denn für eine Schüssel was da rumfährt ein Heavy Tank würde ich sagen ne Panzer ne ne nicht mal Panzer jetzt laufen wir außen rum zur F äh zu C laufen wir außen rum jetzt laufen wir außen rum ja 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 der hat sowas erwischt geguckt ist er dafür wachsen mit dem pferd jetzt gemacht hat ein richtiger johann schießt du auf mich ich hab nicht geschossen irgendwas hat auf mich geschossen gerade ich hab nicht gesehen ja die sind durch den kühl geflogen aber nicht von irgendeinem anderen da ist jetzt da keiner, hä? ne das ist ein Stein nein da sind Steine es waren echt Steine ist gut wir gehen mit wollen wir dafür sagen? nö das ist fangs du musst aufs Zürzl dann hast du den Tank gemacht den Tank thank you thank you hey thank you wieder so'n scheiß Panzer hey hey thank you I tanked you ach komm schon ja der hat mich getankt enemy hit 39 ja ja ich hab grad drei Leute gekillt so drei der sah richtig krasser Schritt hier das musst du erstmal nachmachen ach komm jetzt sterbt halt nicht alle bei Ding ey was ist los mit denen genau im Leben haben wir E bei D spawn direkt wieder rein C rein da gibt's ja meistens Kills blöder Tank da kann man nicht hin ach so dann nicht ich dachte der wär schon wieder weg ne ach du hast mehr Kills gemacht als nicht ja 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 komm ich schau jetzt mal das auf in dem Schuh 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 nein 19 da packt er schon wieder rum ja wir haben mehr gewonnen als verloren heute ja ist doch gut immerhin ne aber trotzdem immer negativ außer einmal bei mir 5 5 6 4 enemy vehicle destroyer der 5. Platz ich bin schon Level 7 ist das denn hier ernst ich bin grad mal Level 5 7 gut dann würd ich mal sagen wir gehen mal zum Handy Return to Menu und ja dann würd ich mal sagen Schau es hat euch gefallen jo weiß noch nicht wie wir das jetzt hier hochladen aber ihr habt das ja bestimmt jetzt schon gesehen weil sonst hättest ihr sonst würdet ihr das ja nicht sehen kann man so sagen ne ich würd gern da wo kann ich denn ich kann hier gucken ok mehr store da kann man es kaufen wollen wir nicht Kampagne kann man hier Soldaten kann man dann hier angucken da kann man nicht hin Watch News Battlefield 4 kann man hier rüber dann auch starten vermutlich ja sonst wärs ja nicht hier drin oder werdet ihr vier comics tun ne keine Ahnung vielleicht ist auch irgendwas anderes und Hardline ist hier nicht drin komisch ja deswegen sag ichs ja es kommt es kommt Jo wir werden uns noch versuchen dieses Doctag da zu bekommen das war wir 15 erreichen und vier Tage am Stück miteinander die Bilder gespielt haben und ich hoffe das packen war damit wir diese Doctag da bekommen aber dann würd ich mal sagen das war es jetzt für hier und ihr könnt sie noch spielen ich weiß wann wenn wir das Video rausbringen ob das dann immer noch spielbar ist weiss ich nicht ja das weiss man nicht ne eigentlich ja schon wenn wir es gleich morgen rausbringen dann spannend ok dann sag ich mal bis zum nächsten Mal ich weiß noch nicht ich glaub hier machen wir nichts mehr das wird dann erst wieder in Battlefield bestimmt wieder in der Kampagne wenn ich das machen also grad kann man nicht mehr vielleicht 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 doch nicht vielleicht nicht ne ja gut dann sagen wir tschüss Adi Vidachi und auf Wiedersehen tschüss 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 tschüss